So, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir anfangen mit Functional C++. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, what? Wie, wie, was? Functional C++, das geht ja mal gar nicht. Und dann sage ich euch, doch genau das geht. Und es ist gar nicht mal so schlecht, denn Functional C++ oder Functional Programming ist mittlerweile in vielen objektorientierten Sprachen immer mehr vertreten. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit Python und mit Skala und Weiterentwicklung von Java. Mittlerweile in Kotlin einen richtig großen Vertreter. Java hat es ja auch so ein bisschen übernommen und C++ hat es natürlich auch schon drin. Natürlich ist die funktionale Ausprägung nicht so stark wie jetzt bei Python oder gar bei Haskell. Ja, Haskell ist ja Urvater von Functional Programming, aber es ist absolut möglich. Sieht allerdings in C++ ein kleines bisschen weird aus und deswegen wollen wir uns das noch ein bisschen angucken. So, wir haben mal folgende Zeile für euch und zwar hier einmal Klammer, 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 Semikolon. Das ist valider C++-Code, meine Freunde. Das ist valider C++-Code, der sogar ausgeführt wird. Das funktioniert absolut und das ist Functional C++. Hört sich jetzt erstmal komplett Banane an, ja, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Im Endeffekt, was wir hier machen, ist eine Funktion zu definieren, eine Lambda-Funktion zu definieren. Die heißen nur komisch, haben nichts mit griechischen Buchstaben zu tun, außer eben diesem Lambda, aber ist auch gar nicht so schlimm. Und ja, wir rufen sie niemals auf. Das ist im Endeffekt eine Funktionsdefinition in unserem Code. Jetzt, warum sollte ich Funktionen innerhalb meines Codes wollen? Nun, das werden wir im nächsten Video wahrscheinlich klären. Das hat nämlich einige Gründe, wie zum Beispiel Callbacks etc., aber das gucken wir uns dann an. So, aber ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Normalerweise würde man jetzt hier Folgendes machen. Also so bringt mir das überhaupt nichts. Ich definiere mir eine Funktion, die nichts tut und die ich nie aufrufe. Das ist im Endeffekt, als würde ich hier oben eine void foo reinschreiben. Und ja, die hat keinen Code und tut nichts. Und sogar die Syntax ist super ähnlich, wenn wir uns das mal angucken. Ich mache das hier mal nochmal ganz kurz so zurück, wie wir es davor hatten. Void foo. Ja, das Void fehlt. Okay, das gebe ich zu. So, dann bleibt noch foo, Klammer, Klammer und Klammer, Klammer. Und das Semikolon fehlt auch. Okay, foo, naja, ist auch weg, weil Lambda-Funktionen haben keinen Namen. Und dann bleibt eben noch dieses Klammer, Klammer. Und im Endeffekt nur noch das Einzige, was uns hier stört, sind diese zweieckigen Klammern hier vorne. Das ist die sogenannte Capture-List. Die werden wir wann anders behandeln. Die ist ein bisschen komplexer in C++. Die ist ein bisschen anders als in anderen Sprachen. So, was wir jetzt also hier machen können, ist, wir können uns diese Funktion hier tatsächlich reinschreiben. Und ich würde euch empfehlen, da immer ein Auto zu verwenden. Auto foo ist gleich. So, das ist also eine Funktion als Variable. So, Problem ist jetzt natürlich, das Ding tut noch nichts. Das heißt, wir machen natürlich folgendes hier. Wir geben dem Ding irgendeinen Code, ja. Wir sagen jetzt hier foo zu dieser Funktion. Oder, nee, noch besser, wir sagen Lambda. Lambda. Ei, 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 was ist denn heute los? Ähm, genau. Okay. Also, was wir hier gemacht haben, ist im Endeffekt, wir haben jetzt die Funktion nicht nur definiert, sondern sie tut auch was und wir haben die Funktion in einer Variable gespeichert. foo ist jetzt also der Name einer Funktion. Und das heißt, ihr könnt das Ding auch so aufrufen, als wäre es eine Funktion, indem ihr hier foo, Klammer, Klammer, Semikolon macht. So wird die foo-Funktion aufgerufen. Und das könnt ihr machen, wo immer ihr wollt. Das heißt, ihr könnt diese foo-Funktion jetzt natürlich auch als Parameter übergeben an andere Funktionen. Ihr könnt diese foo-Funktion an Klassen übergeben und sie als, ähm, ja, als Funktion sozusagen in Klassen setzen. Und das hat sehr, sehr interessante Implikationen. Das ist eigentlich super, super angenehm, weil, ja, man kann damit ziemlich viel machen. So, jetzt ist natürlich das noch nicht alles fertig. Was man damit alles machen kann, dazu wie gesagt, nächstes Mal mehr, beziehungsweise wahrscheinlich sogar auch in der Softwarearchitektur-Playlist, weil es da einige Entwurfsmuster dazu gibt. Ich will nächstes Mal nur so einen kleinen Einblick geben, was man alles machen kann. Ist aber auch wichtig, wenn wir irgendwie parallele Programmierungen machen und so weiter. Also von dem her wundert euch nicht, da wird das Ganze nochmal kommen. Es ist jetzt nicht so, als müsstet ihr das nicht wissen. So, jetzt sind wir hier natürlich noch nicht fertig. Ja, Funktionen können noch mehr. Wir wissen, Funktionen haben Parameter, Funktionen können aber auch Sachen zurückgeben. Und genau das können wir natürlich auch machen. Übrigens, wir können hier die Funktion sogar hinten dran aufrufen. Dann können wir sie allerdings nicht mehr speichern. Also, wir können das Ergebnis speichern. So ist es quasi, als würde ich eine Funktion direkt in sich aufrufen. Das funktioniert auch, ist aber jetzt nicht so sinnvoll, weil dann bräuchten wir es nicht als Funktion definieren, sondern könnten einfach direkt ein Cout machen. So, aber ja, wie können wir jetzt hier Parameter zurückgeben? Wir haben ja überhaupt keinen Platz für irgendwelche Returnsachen. Nun, wir können hier einfach mal ein Return hier angeben und wir sehen direkt, jo, das Ding kompiliert eigentlich. Und das heißt, was wir hier mal machen ist, wir geben ein int x ist gleich fu an und machen mal ein Cout von unserem x inklusive Endline. So, und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Das Ganze kompiliert. Wir müssen nicht mal mehr den Typ angeben. Wir können, aber wir müssen nicht. Und das ist absolut faszinierend. Ich meine, das ist noch gar nicht so lange so. Das wurde jetzt auch erst, ich weiß nicht, ob es ein C++ 20 oder 17 war, aber das ist relativ neu, dass man hier nicht mal mehr den Typ angeben muss. Wenn ihr den Return-Typ angeben wollt, was ich euch empfehle, einfach nur aus Lesbarkeit, damit jeder weiß, was das Ding zurückgeben sollte, dann macht doch einfach folgendes. Und macht hier einen Pfeil und sagt dann, was es zurückgeben soll. Mir wird hier schon vorgeschlagen, was es denn eigentlich alles zurückgeben soll. Man kann hier Auto machen. Das ist quasi das, was direkt gemacht wird für euch. Wenn ihr nichts angebt, wird hier quasi von C++ errechnet, was der Return-Typ hier ist. Aber ihr könnt es natürlich auch explizit angeben, indem ihr hier einfach ein Int habt. Wie gesagt, wenn ihr es hier weglasst, dann steht da quasi Auto, nur dass ihr das Auto nicht hingeschrieben habt. So, aber wie gesagt, ich würde euch dieses Int empfehlen. Ich schreibe jetzt hier allerdings Auto hin, damit ihr nachher in eurer Referenz, also wenn ihr quasi die Datei seht, auch wisst, was da eigentlich passiert ist und dass man da sogar Auto hinschreiben kann. Gut, ja und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich noch Parameter übergeben? Dann habe ich ja eigentlich alles, was man machen kann. Also ich kann hier natürlich keine Rekursion richtig machen, weil ich mich dann irgendwie selber aufrufen müsste. Aber dann müsste ich quasi einen Funktionsnamen haben und den habe ich hier tatsächlich nicht. Sprich, ich habe im Endeffekt eine Funktion ohne Namen. Es ist eine anonyme Funktion, ja. Es kommt noch ein bisschen was anderes. So, Parameter, wenn wir uns nochmal ganz kurz die VoidFu angucken. Parameter werden bei der Fu innerhalb der runden Klammern übergeben und bei Lambda ist das nicht anders. Bei Lambda werden auch die Parameter innerhalb der runden Klammern angegeben, einfach ganz normal, zum Beispiel Int A und Int B. Und was wir hier jetzt zurückgeben, ist natürlich A plus B, weil wir können es, ja. Das heißt, wir geben hier quasi etwas Berechnetes zurück. Wenn wir jetzt noch mit Templating etc. anfangen, dann wird es hier ziemlich kompliziert, weil dann bekommen wir hier plötzlich sehr, sehr spannende Ergebnisse, wie wir jetzt hier auch schon sehen. Wir haben jetzt hier quasi Int A und Int B als Typen angegeben. Wir können hier aber auch sowas machen wie Auto A und Auto B und bekommen dann ein Auto zurück. Also nicht Typ Auto, sondern automatisch brechender Typ bekommen wir zurück. Und was das jetzt im Endeffekt macht, ist C++ kann hier mit mehreren Typen arbeiten. Diese Lambda-Funktion funktioniert natürlich mit Integern, aber auch mit Double, aber auch mit irgendwelchen Klassen, die den Operator Plus implementieren. Das heißt, ich kann das quasi für alles verwenden. Und das ist schon ziemlich faszinierend, wenn man sich das überlegt. Was aber daraus resultiert, ist natürlich, ich kann hier nicht einfach mein Int wieder ausrechnen. Also ich kann nicht einfach sagen, hey, aus Fu kommt ein Int zurück. Weil, ja, im Endeffekt kommt hier jetzt irgendein Typ raus. Wir wissen nicht genau, was das für ein Typ ist. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich ein Int sein. Also zum Beispiel, wenn ich hier jetzt 41 und 1 zusammen addiere, dann sehen wir hier, okay, es kommt ein Auto raus, aber, ja, im Normalfall sollte das als Int kompilieren. Und, ja, was dann für uns passiert, ist im Endeffekt, das funktioniert soweit auch, obwohl diese Funktion hier wirklich super, super kreativ sein kann. Also da kann echt alles rein. Ich kann hier auch tatsächlich zwei Vektoren reinstecken. Und das wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Wenn ich jetzt hier nämlich den Vektor aus einem Int und, ja, ich stecke hier von mir aus eine 42 rein und dann gebe ich hier noch einen Vektor aus Int und ich stecke die 1337 rein. So. Was passiert jetzt, wenn wir das laufen lassen? Naja, natürlich funktioniert das nicht mehr, wenn wir hier plötzlich dem Compiler sagen, hey, mach mal bitte ein Int raus. Also das kann nicht klappen. Okay, vielleicht waren Vektoren hier auch nicht das beste Beispiel. Wir machen das Ganze nochmal kurz mit was anderem. Wir machen hier einfach ein Stream draus. Ähm, na komm. So. Und lassen das nochmal laufen. Aber wir sehen jetzt natürlich auch, ähm, wir können hier, okay, da macht es mir auch ein Char Array draus. Das funktioniert natürlich auch nicht so gut. Ähm, machen wir einfach mal 42,0 und, äh, 1337,0, ja. Dann haben wir eigentlich hier zwei Doubles logischerweise und was ich bekomme sind auch Doubles und dann bekomme ich hier ein Integer wieder raus und das funktioniert auch soweit, weil die Typen dann direkt gecastet werden. Das heißt, ich versuche hier, die Typen so zu casten, dass sie auf meinen Output passen. Wenn ich jetzt allerdings ein AutoX drauf packe oder die Typen nicht kompatibel sind, dann, äh, bekomme ich hier, okay, ähm, machen wir hier mal 0,5 rein. So, dann bekomme ich hier quasi als Typ automatisch ein Double zugewiesen, was auch eigentlich das richtige Ergebnis wäre. Aber ich kann das Ganze, wie gesagt, auch mit einem Int soweit laufen lassen. Dann wird es halt einfach abgeschnitten. Das heißt, was man machen muss, ist auf jeden Fall vorsichtig sein mit diesem Auto, weil da eben, wie gesagt, der Compiler das für euch entscheidet, was er am sinnvollsten hält. Ähm, wenn ihr ihn allerdings dazu zwingt, hier irgendwie was in Integer zu konvertieren, wird er euch nicht sagen, hey, Achtung, ich schneide da irgendwas ab oder sowas, sondern es fliegt euch halt einfach um die Ohren. Deswegen, ähm, als Typen, wenn ihr überall Auto definiert, würde ich euch als Typ auch wirklich ein Auto empfehlen, ähm, damit das Ganze auch einigermaßen solide funktioniert hier. Okay, ja, ähm, genau, und das ist eigentlich auch schon so das Wichtigste, was ihr für Lampdas wissen müsst. Das sind sozusagen die Grundkenntnisse von Lampdas, aber es geht natürlich noch sehr viel weiter und das wollen wir im nächsten Video noch besprechen. Natürlich auch noch, warum man die Dinger überhaupt verwenden sollte. Und, ja, wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020